So, Timmy, du bist gefeuert. Gefeuert? Wie? Yep, arrivederci. Tschüss. Aber was ist mit dem Geld? Mach dir darüber mal keine Sorgen. Wir kümmern uns gut um dich. Und das heißt? Aktuell verdienst du ja 600.000 Euro im Jahr, richtig? Ja, jetzt wenn ich gefeuert werde, dann aber eben nicht mehr. Aber pass auf, falls wir aufsteigen sollten, dann verlängert sich dein Vertrag automatisch um ein Jahr und du bekommst das dreifache Gehalt. Heißt das, ihr müsst mich weiterhin bezahlen? Ganz genau. Ja, Digga, was ist denn das für ein Blödervertrag? Ja, ausgezeichnete Frage. Der ist nämlich wirklich dämlich. Ja, also eh nur, wenn wir aufsteigen. Ja, und aufsteigen tun wir nur, weil Kammotzes eben weg ist. Hey, nicht böse, mein Timmy, aber es ist auch so. Ja, gut, gebe ich zu, ist vielleicht etwas blöd gelaufen, aber... Aber was? Wir können uns leisten, oder? Nee, können wir nicht, aber... Aber bei den Schulden ist das doch auch schon wurscht. Selbst beim Aufstieg bei Schalke. Einfach Schalke.